Maklerdegeneration Risikocheck, die sechs grössten Risikofaktoren. Na, glaubst du immer noch Maklerdegeneration ist nur für Oma und Opa, ein Problem der anderen? Dann hört es ganz genau zu. Rauchst du? Liegt Maklerdegeneration in deiner Familie? Ist dein Teller eher grau als grün? Dann spielst du vielleicht gerade russisches Roulette mit deinem kostbaren Augenlicht. Und der Einsatz dafür bist du und dein scharfes Sehen. Finde heute heraus, wie hoch dein persönliches Risiko wirklich ist. Falls du es erstmal von Maklerdegeneration hörst und dazu mehr erfahren möchtest, dann schau dir gerne meine Playlist Maklerexperten an. Ich habe sie dir hier oben verlinkt. Die gefährliche Fehleinschätzung. Der grösste Fehler, den du machen kannst, ist zu denken, mich trifft es schon nicht. Das ist wie ohne gut Auto zu fahren und zu hoffen, dass nichts passiert. Blödsinn, dein Lebensstil, deine Gewohnheiten, ja sogar deine Gene. All das kann dich schon heute zu einem Hochrisikokandidaten für Maklerdegeneration machen. Lange bevor du überhaupt graue Haare bekommst, willst du wirklich blind darauf vertrauen, dass es das Schicksal gut mit dir meint? Oder willst du die Kontrolle übernehmen? Bevor wir uns die Risikofaktoren im Detail ansehen, möchte ich kurz erwähnen, dass ich als diplomierter Augenoptikermeister, Optometrist, als Gründer des Swiss Eye Care Centers und Erfinder der Relaxbrille seit vielen Jahren in der Augenoptik und Augengesundheit tätig bin. Diese Expertise, auch als Science Vision Experte, fliesst natürlich in alle Informationen ein, die ich mit dir teile. Die 6 gnadenlosen Risikofaktoren. Ok, was macht dich zur Zielscheibe für Maklerdegeneration? Hier sind die knallharten Fakten. Erster Risikofaktor, das Alter. Ja, ok, das ist der bekannteste Faktor. Ab 50, spätestens ab 60, steigt das Risiko deutlich an. Die Zellen altern, die Reparaturmechanismen lassen nach. Das ist Biologie. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Zweiter Risikofaktor, die Gene. Das ist ein Hammer. Hast du Eltern oder Geschwister mit Maklerdegeneration? Dann ist dein Risiko drastisch erhöht. Manche Studien sagen, bis zu 4 mal höher. Das heisst nicht, dass du es bekommen musst. Aber deine Alarmglocken sollten schrillen. Das ist ein klares Signal für Vorsorge. Sofort. Dritter Risikofaktor. Rauchen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Rauchen ist Gift für deine Augen. Besonders für die Makula. Es verdoppelt, verdreifacht, ja manchmal vervierfacht das Risiko für Maklerdegeneration. Weil Rauchen die Blutgefässe schädigt, den Sauerstofftransport stört und oxidativen Stress verursacht. Wie Rost in deinen Augen. Jede einzelne Zigarette ist ein Nagel zu deinem potenziellen Sehverlustsag. Sorry für die harten Worte, aber es ist die Wahrheit. Vierter Risikofaktor. Falsche Ernährung. Wirst du eher Team Fast Food, Frittiertes oder Zucker? Oder Team Grünzeug, Fisch und bunte Vitamine. Deine Makula braucht Schutzstoffe wie Lutein und Cixantin. Findet man in Grünkohl, Spinat etc. und Omega-3-Fettsäuren. Wenn du das deinem Makula vorenthältst, machst du deine Makula schutzlos. Fünfter Risikofaktor. Übergewicht und Bluthochdruck. Beides belastet deine Blutgefässe. Auch die winzigen in deinen kostbaren Augen. Schlechte Durchblutung gleich schlechte Versorgung der Makula gleich höheres Risiko. Sechster Risikofaktor. Helle Augenfarbe, helle Haut. Menschen mit grünen oder blauen Augen und heller Haut haben oft weniger schützendes Pigment in der Netzhaut. Sie sind anfälliger für Schäden von Sonnenlicht, insbesondere UV und Blaulicht. Die unsichtbare Gefahr, ich sehe es immer wieder in meiner Augenpraxis. Da sitzt ein 45-jähriger Mann, starker Raucher. Sein Vater hatte Makuladegeneration. Er kommt wegen einer Lesebrille. Ich mache einen Augencheck mit unseren Screening-Tests und vermute alle ersten Anzeichen von Makuladegeneration. Da wir keine Diagnose machen, überweisen wir ihn zur Augenärztin. Die Diagnose. Vorstufe der trockenen Makuladegeneration. Er ist geschockt. Aber ich bin doch noch gar nicht alt. Tja, die Risikofaktoren scheren sich nicht um dein Geburtsdatum. Sie addieren sich auf. Je mehr von dieser Liste auf dich zutreffen, desto lauter tickt die persönliche Zeitbombe. Warum wir das wissen müssen? Genau deshalb fragen wir bei unseren Waldinger Optik Premium Augenchecks im Swiss Eye Care Center. Gezielt nach diesen Dingen. Als dein Augengesundheitsexperte weiss ich, Prävention fängt damit an, dein individuelles Risiko zu kennen. Das ist keine Neugier, das ist essentiell. Nur wenn wir wissen, wo deine Schwachstellen liegen, können wir dir gezielte Empfehlungen geben. Für Schutzmassnahmen, für Ernährung, für die richtigen Kontrollintervalle. Wir schauen nicht nur auf deine kostbaren Augen, wir schauen auf dich als ganzen Menschen. Eine frühzeitige Erkennung ist bei der Makuladegeneration absolut entscheidend, um den Verlauf positiv zu beeinflussen. Deshalb freuen wir uns besonders dir mitteilen zu können, dass wir unser Premium Screening Test bei Waldinger Optik demnächst mit innovativster Zeiss Technologie erweitern werden. Mit dem neuesten Gerät von Zeiss und dessen OCT können wir die Chancen einer Früherkennung nochmals drastisch erhöhen und feinste Veränderungen an der Netzhaut sichtbar machen. Lange bevor du selbst Symptome bemerkst. OCT steht für optische Kohärenztomographie. Es dient zur Erstellung hochauflösender Querschnittsbilder des Augenhintergrunds und hilft bei der Erkennung und Überwachung verschiedener Augenkrankheiten. Bei der Früherkennung ist uns die enge Zusammenarbeit mit Augenärztinnen und Augenärzten besonders wichtig. Wir führen bei Waldinger Optik sehr detaillierte und technologisch fortschrittliche Screening Tests durch, um Auffälligkeiten und Risiken zu identifizieren. Die eigentliche medizinische Diagnose stellt aber selbstverständlich immer ein versierter Augenarzt oder eine Augenärztin an den oder die wir dich bei entsprechender Auffälligkeit weiterleiten. Unsere Rolle sehen wir als wichtige Anlaufstelle und Partner in deiner Augengesundheitsvorsorge. Das Thema Augengesundheit und Augenvorsorge begleitet uns bei Waldinger Optik schon sehr lange. Bereits 2017 habe ich beispielsweise ein Video zu den Grundlagen der Augenvorsorge veröffentlicht, das auch heute noch viele wichtige Aspekte beleuchtet. Das zeigt, wie kontinuierlich wir uns mit der Prävention von Augenerkrankungen wie der Makuladegeneration auseinandersetzen. Wenn dich das interessiert, findest du den Link zu diesem Video hier oben. Sei jetzt brutal ehrlich zu dir selbst, nicht zu mir, zu dir. Welche dieser Risikofaktoren trifft auf dich zu? Zähle sie mal auf, eins, zwei, drei oder mehr. Was davon bist du heute noch bereit zu ändern? Denkst du jetzt anders über deine Gewohnheiten nach? Schreib es in die Kommentare, lass uns diskutieren, vielleicht motiviert ihr euch gegenseitig. Wenn du jetzt sagst, okay ich hab's kapiert, ich muss was ändern, dann gib diesem Video einen Daumen hoch als dein persönliches Commitment. Und abonniere den Kanal, denn als nächstes räumen wir mit den dümmsten und gefährlichsten Lügen über Augenschutz und Makuladegeneration auf, die da draussen kursieren. Du kennst jetzt dein Risiko, aber was ist mit dem Schutz? Glaubst du immer noch, dass jede Sonnenbrille gleich gut ist? Oder dass Karottenessen dich vor Makuladegeneration rettet? Achtung Spoiler, das ist Bullshit! Im nächsten Video zerstören wir die drei grössten und gefährlichsten Mythen rund um Makuladegeneration und Augenschutz, die dich dein Augenlicht kosten können. Das wird heiss, das wird kontrovers, das musst du sehen. To see or not to see. Baldinger Optik – Qualität vor Augen.